Richtig schön, mein Schaltauge zerstört. Übelst fetten Secret Home Trail gefunden. Aber jetzt hasse ich die 180 Millimeter Federweg. 180? Ja. Jo Leute, willkommen auf einer neuen Fahrradtour mit Franz und Marcel, den ich gezeigt werden möchte. Noch nicht, den überreden wir noch. Ja, wir machen heute hier im Raum Chemnitz-Einsiedel ein paar Home Trails und ein paar Sachen habt ihr jetzt schon gesehen. Wir gucken mal, was jetzt noch es abgibt. Wir fahren irgendwas flowiges mit ein paar kleinen Sprüngen. Mal gucken. Wir fahren das erstmal alles zum ersten Mal, also nicht wundern, wenn das hier ein bisschen langsam ist. Aber mal schauen, wird schon. Los geht's. So, nächster Home Trail, wie versprochen, das bisschen flowigere Stück. und ich kenne wieder nichts. Der Anlieger war doch ein bisschen zu steil genommen. So, mit dem Sturz, den ihr gerade gesehen habt, von Gopros Sicht, habe ich gerade wahrscheinlich richtig schön mein Schaltauge zerstört, in der Hoffnung, dass es nur mein Schaltauge ist. Wir machen kurz ein paar Fotos, die kann ich euch mal mit einblenden, wenn ihr wollt. Und ja, wir fahren dann gleich mal zum Auto runter, in der Hoffnung, dass das jetzt alles wieder läuft, wenn ich das einbaue und dann mal schauen, ob es weitergehen kann oder nicht. Aber wir berichten euch gleich. So, Schaltwerk hängt ein bisschen los herum und es hat genau diese Schraube, die da oben reinkommt. Also, die Schraube ist da eigentlich drin, die war drin und wie man eventuell so ganz minimal erkennen kann, wenn es scharf stellt, die hat es ein bisschen verbogen und irgendwie ganz schön abgerobbt. Also, ich bezweifle, dass es gerade bei dem Sturz passiert ist, die hatte wahrscheinlich so schon mal einen Treffer weg, aber ja, ich mache jetzt eine neue Schraube rein. und dann geht es weiter. Auf jeden Fall professionell aus wie das macht. Das sehe ich genauso und ich glaube. Wieso regnet denn das jetzt? Keine Ahnung, was da drüben von der Leinen lang geht. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Ich werde fast den Anlieger zerstört. Wenn man es sieht, blende ich solche Zeitlupe ein. So Leute, wir haben noch einen übelst fetten Secret-Home-Trail gefunden. Mega fette Sprünge. Da werde ich auch einiges nicht springen, also nicht wundern. Machen wir die erste Abfahrt. Kannst nochmal winken. Marcel hat richtig Bock. Der hat gesagt, der springt hier alles. Der zeigt euch jetzt gleich mal, wie das funktioniert. Wir schießen jetzt mal die erste Line runter. Oder besser gesagt ich. Und ja, kommt erstmal der erste große Double. Ballern. 1 rhoi. 1 2 3 Alter Junge! Halt die Fresse, war der Weid! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, dass ich sonst wo einschlage. Aber dass ich den sonst wo hinspringe. Das war jetzt überraschend. Oh, der hat den Rappen! So, letzte Abfahrt für heute, oder letzter Trail. Okay, sind wir jetzt auch noch nicht gefahren. Also mal gucken, was hier so kommt. Mir wurde nur gerade gesagt, dass das ein bisschen spitze und verwinkelte Kurven sind. Also, mal gucken. Lass mich überraschen. Und ihr werdet euch auch überrascht, wenn irgendwas lustiges passiert. Also, letzte Abfahrt und dann geht's nach Hause. Schönen Tag noch, haut rein! Boah, schöne spitze Kurven, wie gerade erzählt. Die muss man ja umsetzen. Die Kurven sind echt ganz schön spitz. Und hier muss man pedalieren. Boah! So, Feierabend Leute! Schönen Tag! Untertitelung. BR 2018